Wir werden versuchen, oder wir kennen alle Französisch, das ist wunderbar, aber okay, wir werden zwei Exoten versuchen, auf Deutsch zu sprechen. So, Mathilde, ja, ich kann das kurz sagen, seit deiner Woche sind wir eigentlich zusammen, weil es gab ein Seminar, das ist organisiert, Mathilde war als Dozentin da, das heißt, wir sehen uns praktisch lang und lang seit deiner Woche. Aber wir hatten wenig Zeit, um über diese Bücher zu reden, es ging um die Arbeiten von anderen Leuten, aber jetzt kann es losgehen. Also Mathilde, du bist Französin, das hat jeder verstanden, aber du lebst in Berlin. Ja, seit fünf Jahren. Wie entsteht sowas? Ich habe sechs Jahre in Paris gelebt und in Paris war, ich wusste schon, dass ich ein Künstlerleben habe, aber Paris war dafür zu teuer und zu eng und zu voll und zu stressig. Und ich war mehrmals in Berlin für Urlaub und das hat mir sehr gut gefallen und ich könnte mir sehr gut verstehen, dass ich in Berlin ein Künstlerleben haben könnte. Deshalb bin ich unbetont. Und das klappt in der Künstlerin? Ja, Berlin ist eine sehr einfache Stadt, es ist eigentlich noch wenig für eine große Stadt und es gibt viele kreative Leute, man kann mehrere Sprachen sprechen, das ist eigentlich sehr schön. Ja, ich denke, das ist eine Stadt, die gespalten war, also in Fischlin ist das lange her, aber man spürt immer noch, denke ich, diese Atmosphäre. Also ich kenne das zum Beispiel von Barcelona damals, nach dem Ende von Franco oder am Ende plötzlich Barcelona war eine Explosion, weil es große Befreiungen, da war alles los, alle fuhren nach Barcelona, um irgendwas zu machen und jetzt ist das Berlin. Ja, es gibt natürlich diese Probleme von der Gentrifizierung, das tut mir auch sehr leid und ich fühle mich manchmal ein bisschen komisch, eine Ausländerin in Berlin zu sein. Und wenn ich diese Demo sehe gegen die Leute, die die Stadt gentrifizieren, das ist ja ein Problem. Es gibt eigentlich viele neue Firmen, die ihren Sitz in Berlin haben und das macht auch die Stadt noch teurer und teurer. Es gibt viele Amerikaner, die da investieren, aber auch viele Leute aus Paris. Und darüber wollten wir auch in diesem Buch ein bisschen erzählen. Also wir sprechen ein wenig über die zwei ersten Bücher, weil sie nur auf Französisch sind. Das machen wir ein bisschen. Also wenn ihr das seht... Wir sind jetzt gerade bei Berlin. Eigentlich ist das bei zwei von deinem Werk bisher, aber wir erzählen ja von Berlin. Ich habe damit angefangen. Ich kann auch gerne das Buch... Das ist eigentlich mein drittes Buch. Das ist in Februar in Frankreich rausgekommen. Und das ist eine Fiktion, die aber nach meiner Erfahrung beschrieben ist. Und der Illustrator lebt auch in Berlin. Er ist aus Spanien. Also er ist auch meine Generation und also diese Generation, die heute in Berlin lebt. Er hat die Krise in Spanien, wie sagt man, geflohen, entflohen. Ja, der ist davon geflüchtet oder so. Ja. Und lebt auch als Künstler in Berlin. Und genau, also die Geschichte ist die Geschichte von einer jungen Frau. Sie heißt Margot und sie ist vor kurzem in Berlin unbezogen und sucht einen Job. Und sie versteht eigentlich sehr schnell, dass es in Berlin sehr schwierig ist, einen guten Job zu kriegen. Und ja, sie bewirkt sich in mehreren Startups und Firmen in der Kultur. Und das ist eigentlich sehr schwer. Also das Buch ist für mich wie ein Lebensbrief für Berlin. Liebesbrief. Aber das ist auch eine Warnung für die jungen Leute aus Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich, etc. Die in Berlin leben wollen und allgemein in Deutschland. Und die denken, dass es in Deutschland, es gibt noch keine Krise. Das ist ja eine Erdauerlupe. Ja. Das ist nicht so wahr. Ja. Wenn man gucken kann ich eigentlich über Tintreißen, denke ich. Ja. Also das ist nicht genau meine Geschichte, aber jede Erfahrung in diesem Buch ist wahr. Es hat meine Freunde getroffen oder mein Leben. Genau. Das ist wie ein Manifesto. Ja. Und wir können vielleicht über Sartre reden? Ja, oder kurz drüber, weil ich finde das, also, du hast drei Bücher geschrieben, jetzt, oder erzählst den. Es geht einmal in Berlin ein bisschen autobiografisch. Und Sartre ist natürlich ganz was anderes, das ist schon dein Monument. Und selbst dein Coupé, das du zuerst gemacht hattest, dein erstes Buch. Ja. 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 Ja, das war eigentlich mein erstes Projekt. Und das ist, ähm, es geht um die Geschichte der elektronischen Musik in Europa. Also, das ist auch mit der Kultur verbunden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das ist auch ein bisschen biografisch, weil es geht um das Leben von einem Musiker und DJ-Produzent, der heißt Laurent Garnier. Also, er ist in Frankreich sehr bekannt, aber in Deutschland ein bisschen weniger. Ähm, und die Illustrationen hat, ähm, Laurent Bollot gemacht. Ähm, er ist sehr jung, er ist heute, denke ich, 25 Jahre alt. Und, ähm, hat in Paris studiert und schon, also mit, als ich ihn kennengelernt habe, war er 22 und hatte schon vier Bücher veröffentlicht, bei Dargo. Und, genau, das ist, ähm, ähm, die Geschichte der elektronischen Musik in Manchester, in Detroit, aber auch in Berlin. Ähm, es gibt hier Seiten über Berlin, weil Berlin auch eine große Rolle gespielt hat in der Geschichte dieser Musik, mit dem Club, äh, Tresor und die Love Parade und und so weiter. Das ist eine, also, das war auch für mich wichtig, darüber zu erzählen. Und, äh, es gibt kein Sprechblasen in diesem Buch, ähm, ähm, er hat, also für die Dialogen hat, äh, Laurent Bollot immer die Farben genutzt, äh, und man versteht ganz gut, äh, wer, wer spricht. Und, äh, das ist vor drei Jahren erschienen. Äh, ich finde das erstaunlich, du hast Philosophie studiert. Und, äh, haben die sich, also auch Sartre, kein Problem. Ich verstehe das Ding, aber die, äh, die Verbindung zwischen Technomusik und Philosophie. Äh, es gibt, ja, also man kann sagen, dass Philosophie überall ist, ähm, aber, ähm, Musik auch. Ja, also ich hab, ähm, ich hab erst mal Grafikdesign studiert in Paris und während vier Jahren war ich Radiomoderatorin. Ähm, ähm, ich hatte eine Sendung wörendlich über elektronische Musik und Kunst und deshalb ist mir die Idee gekommen, dieses Buch zu machen. Ähm, ja. Diese Aktivität hast du nicht in Berlin, ne? Nein. Weil ich denke, ich kann mir vorstellen, dass man in Berlin sowas machen könnte, auch. Ja, aber mein Deutsch ist nicht gut genug, um Radiomoderatorin zu sein, ähm, ähm. In den Typ Jahren. Ja, also, ja, um, also, weil diese Sendung hab ich immer live gemacht und das ist sehr stressig. Mhm. Um das, äh, auf Deutsch zu machen, also, ne, kenn ich noch nicht. Okay. Okay. So, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ähm, war mein, ähm, ähm, das war eigentlich mein Thema für meine Masterarbeit in Paris. Ähm, 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 ja, ich hab ein Master gemacht, äh, erst mal, also, in der Uni und dann hab ich mich beworben für eine Schule, die heißt, äh, Ecole Normale Supérieure. Und dort hab ich, ähm, 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 das letztes Jahr abgeschlossen und, ähm, mein Thema war Sat und die Psychoanalyse. Äh, das war für mich die, äh, äh, le mariage impossible, also, äh. Äh, äh, die unmögliche Ehe. Die unmögliche Ehe. Äh, äh, Sartre hat sich jemand für die Psychoanalyse interessiert, äh, weil das war für, für ihn zeitgenössisch, ähm, und er hatte viele Freunde, die, die Psychoanalyst waren. Aber das war für, für ihn unmöglich, äh, zu verstehen, dass, ähm, der Mensch eigentlich nicht ganz frei sein kann, äh, weil die Theorie der Psychoanalyse ist, dass, ähm, wir ein Unbewusst haben und diese Unbewusst entscheidet viele Sachen für uns, ohne dass wir das wissen. Und das könnte Sartre nicht, äh, äh, akzeptieren. Also, er hat sich, äh, äh, sein ganzes Leben, äh, äh, daran interessiert, äh, ohne eine Psychoanalyse zu machen und hat viele Bücher auch über Künstler oder Schriftsteller geschrieben und dachte, er wollte seine eigene Psychoanalyse-Theorie entwickeln, die heißt die existenzielle Psychoanalyse. Äh, äh, also, er hat ein Buch über, äh, Gustav Flaubert geschrieben, aber auch über Baudelaire, ja. Ich vermute, dass das, äh, auf deutsch übersetzt wurde, oder? Wenn ja, äh, äh, es tut mir sehr leid für den Übersetzer, weil wir sind 3.000 Seiten. Ja. Es ist unlesbar. Für den Pust wurde er auch auf deutsch übersetzt und das war nicht einfach. Ja. Und, ähm, äh, also bei Sartre hat mich das immer interessiert zu sehen, dass er auch, ähm, dass es für ihn das Leben eines Schriftstellers oder eines Denkers sehr wichtig war. Und ich finde das auch, dass es sehr wichtig ist, das Leben von einem Philosoph zu kennen, um seine Philosophie besser zu verstehen. Und das war eigentlich mein Ziel für dieses Buch. Ähm, ähm, ich hatte die Idee vor vier Jahren, äh, nach dem Studium, als ich in Berlin, äh, war. Und, äh, äh, es gab in der Zeit noch kein Grafiknovel über Sartre und ich dachte, okay, das muss ich jetzt, äh, probieren. Und, ähm, ich wollte, dass das Buch, ähm, ähm, gut ist für die Leute, die noch nie Sartre lesen haben, aber auch für die Spezialisten. Also, dass, dass diese Geschichte etwas für die Sartre-Spezialisten mitbringen kann, aber dass es auch, ähm, dass es, dass es auch, ähm, gefallen kann den Leuten, die, die genau noch keine Philosophie gelesen haben. Und, ähm, ja, und das war für mich eigentlich sehr spannend, weil es gibt viele Informationen über Sartre und Simon de Beauvoir. Also, das ist ziemlich einfach, ähm, viele Biografien zu lesen und, äh, es gibt viel Material. Die waren beiden sehr berühmt und, ähm, haben ja auch immer gerne über sich selbst gesprochen. Also, die waren auch ein bisschen, ähm, wie sagt man, ähm, äh, nicht egozentrisch, aber... Extrovertiert, ja, ja. Ja. Die haben sich gezeigt, also klar. Ja. Also, es war auch für den beiden schon am Anfang klar, dass sie später berühmt, äh, werden. Und deshalb haben sie, äh, einen Tagesbuch geschrieben und sich auch viele Briefe geschickt mit Absicht. Ähm, also sie haben mit Absicht sehr gut geschrieben und, äh, die wussten schon, es wird, äh, in der Zukunft veröffentlicht. Genau, ähm, es gibt auch natürlich in, ähm, ihren Freundkreis, äh, viele Stars in der Zeit. Also, hier sind wir bei Picasso selbst, äh, er ist, äh, im Zentrum. Da. Ähm, es gibt aber auch Albert Camus, Michel Yeris, äh, Jacques Lacan, und, ja, Simon de Beauvoir ist da. Ähm, also, das wird ja auch sehr gut gemacht. Und deswegen war, war das auch alles spannend, ähm, das Buch, ähm, für die Illustratorin Anneliese de Cornier zu zeichnen. Weil, es war sehr einfach, viele Bilder rauszusuchen und mit den Gesichtern ein bisschen zu spielen, ähm, ähm, kleine Karikaturen machen. Also, das Stil ist sehr realistisch, aber trotzdem viel in der Karikatur. Und mit der Gesichter von, von Sartre, das ist, ähm, natürlich, ähm, sehr, sehr lustig, ähm, Karikaturen zu machen. Ähm, 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 man, also wir kennen alle, ähm, ähm, sein, sein Problem, äh, 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 über, also über ihren eigenen Körper. Er war, er war, er hatte am Anfang, als er klein war, eine schwierige Beziehung mit seinem Körper. Er hat aber deshalb, ähm, 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 eine ganze Strategie entwickelt, um trotzdem, ähm, erfolgreich mit den Frauen zu sein. Ähm, 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 und das heißt, ähm, 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 er hat seine Intelligenz, ähm, sehr gut benutzt, ähm, und, äh, sein Humor auch. Genau, also das sind einige Seiten, äh, aus dem Buch. Also es tut mir leid, sie sind auch französisch, weil ich habe die Datei auf Deutsch, äh, noch nicht. Ähm, ähm, aber die Geschichte fängt, äh, mit seiner Kindheit an. Ähm, ähm, also wir, wir verstehen, dass er immer mit Büchern gelebt hat. Und, ähm, die Legende sagt, dass, ähm, als er ungefähr acht Jahre alt war, hat er schon, äh, Gustave Flaubert, Madame Bovary gelesen. Und die Mutter, die war ein bisschen, also konservativ, äh, katholisch, und, ähm, sie hat sich ein bisschen Sorgen gemacht. Und sie hat ihn einen Tag gefragt, aber, mein Kind, äh, wenn du jetzt solche Bücher schon liest, was wirst du später lesen? Und, äh, er hat geantwortet, ich werde diese Bücher nicht mehr lesen, sondern ich werde diese Bücher leben. Also er war schon sicher, dass er etwas mit der Literatur, ähm, tun wird. Er war, ähm, in einer klassischen Familie, also wirklich an französischer oder elsässischer Familie eigentlich. Ja. Ich denke, jeder weiß hier, dass er verwandt war mit dem Schweizer, das ist ein Cousin oder der Kleine oder, wie sagt man, Großonkel? Großonkel, denke ich, ja. Ja, oder Großonkel, oder? Großonkel, ja, ja. Großonkel, ja. Und er ist ja gestorben, also Sartre hat ihn nie, also fast nie kennengelernt. Und, ähm, sein Vater war eigentlich für ihn, äh, sein Opa. Äh, sein Opa hat eine, eine wichtige Rolle gespielt. Und zwar war er Deutschlehrer, war schon sehr gut gebildet. Und hier habe ich kurz erklärt, wie es läuft, ein Grafiknovel zu machen. Das ist ein bisschen Grafiknovel für Dummies, aber sehr kurz gefasst. Erstmal kommt die Idee natürlich, dann habe ich mich monatelang mit Recherchen beschäftigt. Also ich hatte während des Studiums schon viel sachter gelesen, aber noch keine Biografien. Und dann habe ich einen Synopsis geschrieben, das heißt eine kurze Seite Zusammenfassung. Das habe ich an den Verlag, also erstmal in Frankreich geschickt. Und mit der Illustratorin, an der ich deponieren können wir uns eigentlich seit immer. Wir sind zusammen groß geworden. Es gibt am Ende ein Foto von uns beide. Und wir haben, als wir klein waren, haben wir immer bezeichnet, beiden. Und das ist ein bisschen lustig heute für uns, dass wir dieses Buch zusammen gemacht haben. Also mit ihr haben wir dann den Verlag in Frankreich gefunden. Und danach habe ich das ganze Szenario geschrieben. Also das dauert ein paar Monate. Und das sieht ein bisschen so aus. Also jeder Szenarist hat seine eigene Art. Bei mir versuche ich jeden Panel zu beschreiben. Und was fett geschrieben ist, ist eigentlich die Texte, die am Ende stehen. Dialogen und die, wie sagt man noch, die Narrativen. Die Boxen meinst du, die aufstehen oder so? Ja. Die Boxen. Die Boxen, die Sprechblasen. Ja. Und damit kann Anais ein Storyboard machen. Sie ist natürlich noch sehr frei zu wählen, ob sie etwas ändern möchte oder nicht. Und nach dem Storyboard kommen die ersten Skizzen und danach noch die Tinte dazu. Sie hat aber keine Tinte benutzt. Sie hat ein fetter Leitstück benutzt, um diese Vintage Style ein bisschen zu haben. Genau. Und dann am Ende die Farben. Also sie hat alles gezeichnet und die Farben hat sie mit Photoshop gemacht. Mit ein bisschen Wasserfarbe dazu. Genau. Und wie gesagt, es war sehr lustig, alle diese alten Bilder von Paris zu suchen, um die Landschaften zu machen. Und hier ist der Großvater. Genau. Das ist der Storyboard. Und hier ist zum Beispiel ganz oben rechts, was am Ende da ist. Also das ist eine Szene im Bett mit Simon und Sartre. In dieser Szene haben wir erzählt, wie die beiden ihre Liebespakt, kann man sagen, Faktor d'Amour geschlossen haben, dass sie sich lieben, aber dass sie trotzdem frei bleiben. Also das war für die beiden sehr wichtig. Genau. Zusammen hatten sie eine Amour essentiel, also wichtiges Liebe und daneben könnten sie beide trotzdem Amour contingent haben. Also daneben Liebe, Affair zu haben. Und das haben sie das ganze Leben gemacht eigentlich. Das war nicht immer einfach, aber das hat geklappt trotzdem. Eigentlich, weil sie waren immer zusammen, also sie sind auch im selben Grab wie Sintia de Montparnasse in Paris. Aber eigentlich waren sie nie zusammen. Am Anfang ja, aber die Beziehung hat sich schnell, also die waren kein Paar mehr, die waren Kompagnon. Also sie waren Lebensgefährten, aber sie waren immer zusammen und auch nicht zusammen eigentlich. Das ist das berühmte Café de Flore in Paris, in Saint-Germain-des-Prés. Es existiert noch, das ist leider heute sehr teuer und wegen Sartre und Beauvoir ist es auch teuer geworden. Heute kostet ein Bier etwas wie zehn Euro und ein Kaffee fünf. Aber in der Zeit, das war der Kaffee von den Künstlern und den Intellektuellen und Saint-Germain-des-Prés war auch das vierte für die Jazzmusik. Sartre und Beauvoir waren Freunde mit Beauvoir und die waren da fast jeden Tag, um sich zu treffen, aber auch zu arbeiten. Sartre und Simon de Beauvoir hatten lange Zeit keine Wohnung, sie haben im Hotel gelebt. Es war für den beiden wichtig, nichts zu haben. Sie wollten kein Beauvoir mehr sein und deshalb war ihr Büro im Café. Also nicht nur im Café de Flore, aber schon viel. Es gab sowieso, ich glaube in Paris sind wir eine Zeit lang die Kaffees waren wichtig. Es gab den Café de Flore, fast gegenüber Les Dommagots und dann noch die Brasserie Lippe, auch in der Boulevard Saint-Germain. Und dann hat man ungefähr das gleiche später in Montparnasse, wo Sartre da gewohnt und da war, ich weiß nicht, Select. Der Kupol und so, das waren die drei anderen Kleiden und der war immer dazwischen. Ich weiß, am Ende seines Lebens war er ja da, weil er wohnte da um die Ekelten und so. Ja, er hatte nur eine Wohnung gehabt oder zwei vielleicht, aber ganz am Ende. Genau, das ist ein Einblick über das Pantheon. Und dafür müssen wir auch viel recherchieren, um zu wissen, wie es in der Zeit aussah. Weil das Pantheon gibt es heute natürlich noch, aber welche Autos hatten die Leute, welche Gebäude waren schon da und welche nicht. Genau, auch die Technik, das war für mich ein bisschen schwer. Also ich interessiere mich nicht viel an die Technik, aber ich sollte auch eigentlich recherchieren, was für Flugzeuge es gab. Zum Beispiel Sartre ist in, ich weiß nicht mehr genau, in 1947 nach Amerika geflogen und habe dieses Flugzeug genommen. Also ich habe es recherchiert und ich war sicher, aber letztes Jahr in der Buchmesse in Paris hat ein Flugzeuggeek mir gesagt, das ist falsch. Also dieses Flugzeug gab es nicht in dieser Zeit, das war zwei Jahre später. Das ist Propeller. Google hat nicht immer reist. Nein, also ich habe nicht nur mit Google recherchiert, aber trotzdem, das war schwer. Es gibt ein paar Seiten über Berlin, weil Sartre in 1933 ein Jahr lang in Berlin war. Er hat wie eine Kunstkünstler-Residency gemacht. Er war in der Maison de France. Es gibt ja noch heute, das ist heute der Institut Francais am Coulomb. Und das war eine sehr schöne Erfahrung für ihn. Er hat sich sehr gefreut, in Berlin zu sein. Er hat Heidegger und Hüsserl studiert. Er war aber leider mit der Politik blind. Also er hat überhaupt nicht gemerkt, was in Berlin in dieser Zeit passierte. Er war zu viel mit den Frauen beschäftigt und mit den Freunden. Er könnte aber leider kein gut Deutsch. Also er könnte auf Deutsch lesen, aber nicht gut reden. Und das war für ihn sehr schwer, weil ohne zu reden könnte er überhaupt nicht flirten mit den Frauen. Kein Flirt mehr. Und er war eigentlich ein bisschen allein in dieser Zeit. Ja, das ist die Gare Saint-Lazare, also die Saint-Lazare Bahnhof in Paris. Ja, und wie gesagt, sie haben sich sehr viel geschrieben, jeden Tag. Also man sieht auch hier diesen Briefkopf von einem Café in Paris, La Coupole. Ja, und also diese Briefe kann man heute komplett lesen. Das ist auf Deutsch bei Rohwold erschienen. Und das ist sehr schön. Also man kann die zwei Bücher kaufen und die Briefe in der Reihenfolge lesen. Also es macht viel Spaß. Die ganze Korrespondenz. Ja. Und sie haben sich eigentlich alles erzählt, was Mittagsessen gab, wie Sex letzte Nacht war, wie was sie zurzeit schreiben. Also das ist sehr detailliert und sehr schön geschrieben. Ja, diese Briefe haben wir natürlich für das Buch benutzt. Also den Inhalt, aber auch um zu sehen, wie Simone de Beauvoir geschrieben hat. Genau. Das war eigentlich für die, also wenn man so eine Figur nimmt, eine Persönlichkeit wie Sartre, muss man sehen, von welcher Seite man ihn angreift, wie ich sage. Und dann, ich denke bei dir, das ist immer so, das Paar de Beauvoir Sartre. Ja. Du hättest auch wieder mit dem Werk anfangen können. Ja, genau. So ist das. Ja, genau. Hauptsache war für mich die Beziehungen zwischen Sartre und die andere. Er war sehr sozial, kann man das sagen. Ein Mensch. Er war immer mit Freunden zusammen. Und, also, ja, ich wollte diesen Weg nehmen, um etwas über sein Leben zu erzählen. Genau, das ist, also das ist, Boris Vian, oben heißt, also der ist ein Musiker. Wer kennt Boris Vian? Ne, das ist vielleicht in Deutschland nicht bekannt. Ich denke dort richtig, Boris Vian ist in Deutschland bekannt. Nein, Schaum der Tage und so weiter. Ja, ja. Er war Schriftsteller, aber auch Musiker, berühmte Jazzmusiker. Ein Tabu, das war ein Keller, so ein Disco oder was weiß ich. Ein Jazzkeller. Im Pertilaten drauf. Gibt es denn noch? Le Tabu, ich glaube, gibt es noch oder wo? Hm, ich weiß nicht, ich denke nicht. Ich war mal drin, aber schon lange her. Es gibt heute noch viel Cabo de Jazz in Paris, also Jazzkeller, aber mehr in Châtelet, also im Zentrum. Ja. 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 Und genau, und die Frau von Boris Vian, Michelle, sie lebt noch, sie ist heute über 100 Jahre alt, ungefähr. Und das war auch für mich wichtig, über Simone de Beauvoir zu erzählen, also sie spielt für mich eine große Rolle. Und in dem Buch sprechen wir ein bisschen über die Erscheinung von, äh, mit der sie im Sex, äh, von der, also der zweite, wie ist das? Das zweite Geschlecht. 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 Und, ähm, sie war eine ganz mutige Frau, um so ein Buch zu veröffentlichen. Ähm, sie hat versucht, ähm, zu erklären, was eine Frau ist. Und, ähm, war die erste zu sagen, dass man nicht als Frau geboren ist, sondern dass wir eine Frau wird. Und, dass jede, ähm, ähm, sexuelle Identität muss sich, äh, aufbauen im Leben. Und, äh, äh, es gibt keinen Determinismus. Und, äh, eine Frau zu sein, das bedeutet auch nicht, äh, äh, feminin zu sein, weiblich zu sein. Also, sie, sie war eine der ersten, um, also diese Klischee zu, zu brechen. Ähm, genau. Das war aber ein riesiger Skandal in der Zeit. Das war ein bisschen schwierig, ähm, aber sie, sie hat das geschafft. Ja, es gab natürlich die Frage des Covers, äh, für uns. Ähm, das, ähm, das, also ein Cover ist immer sehr wichtig für ein Buch. Ähm, wir haben erst mal überlegt, also diese, diese, ähm, klassisches Bild von Sartre, äh, in Café zu benutzen. Ähm, das war ein bisschen zu klassisch. Ähm, es gibt auch diese Foto, die sehr berühmt ist. Er ist in Riga und, äh, muss gegen den Wind, äh, laufen. Ähm, also symbolisch finde ich das sehr interessant. Ähm, das war aber nicht, was wir im Buch zeigen wollten. Ähm, es gab auch die Idee, ähm, hier Sartre ein bisschen wie Serge Gansbruch zu zeigen, mit der Zigarette. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie dem, dem Film von Joan Sartre, ein Comicautor. Ähm, ähm, Joan Sartre hat auch einen Film über Serge Gansbruch gedreht. Ähm, äh, und, äh, die Plakate ist ein bisschen ähnlich. Ähm, äh, aber wir haben in Frankreich eigentlich ein Gesetz, äh, das ist verboten, Werbung für Zigaretten zu machen. Ähm, äh, und, äh, also, das ist kein Werbung, das ist ein Conver, äh, aber trotzdem, wir haben gedacht, okay, äh, 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 ä Es ist vielleicht ein bisschen, also, das kann auch uns ein bisschen begrenzen. Und ich hatte am Ende die Idee, ein, äh, 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 diese Cover zu machen, die sie, die ist eigentlich eine Art von, die Cover von Galimard in Frankreich. Das ist ein Verlag, es existiert, existiert seit 100 Jahren. Und die Covers von den Romanen sind immer so. Also mit dieser Cremefarbe. Und, äh, äh, und, äh, Sartre war in Frankreich immer bei Galimard veröffentlicht und das war wie ein Augenblick, ein Candeu, also, ein, diese Referenz, äh, zu haben. Genau. Hier noch einigen Seiten, ähm, er ist hier noch jung, er ist noch Studenten, Studenten an der Ecole Normale Supérieure in Paris. äh, äh, studiert, äh, Philosophie und Literatur. Ähm, und das ist eine wahre Geschichte. Also, ja, alles, fast alles ist wahr in dem Buch. Also, die Dialogen haben wir, also, habe ich geschrieben, aber die Anekdoten sind alle, fast alle wahr. Und, ähm, das finde ich sehr lustig. Ähm, er war in der U-Bahn und hat ein, äh, Heft gefunden. Und das war eigentlich ein Adressenbuch, kann man sagen? Ja. Aber das war, äh, aber das war, äh, eine Werbung für eine Pharma, äh, Firma, die Kiefer des Supositor. Die Zäppchen macht, ja. Ja. Also, es war groß geschrieben Zäppchen. Und er hat trotzdem, also, dieses Heft genommen und hat es benutzt, um, ähm, ähm, seine Konzepte und Begriffe zu entwickeln. Also, Buchstaben nach Buchstaben. Also, mit, äh, mit E hat er über Existenz geschrieben, mit L über Leben und so weiter. Und wir sind, also, das ist schon das Endesbild, äh, Begraben von Sartre. Warst du in Paris in der Zeit? Nein, ich war ein Jahr später gegangen. Mhm. Ein paar Etagen höher bei ein Kibilal, der da seine Wohnung hatte. Ein Kibilal, der, äh, bekannter Zeichner, ist es, äh, äh, an dem Tag da reingezogen, wo die Werdigung war. Und er sagt, ich weiß nicht, ich war ein Jahr später bei ihm, er erzählte mir davon. Und das war, also, das war voll. Und da, er war, also, gerade einen Umzug zu machen mittendrin, das war nicht einfach. Mhm. Das war so voll, glaub ich, dass ein Mann, ein Mann ins Grab reingefallen. Ja. Ja. Also, da kam plötzlich, also, mich in Ruhe in der Menge und der eine ist gut, der erst auf den Sack ins Loch gefahren. Das war schon, äh. Vor Gedränge, oder wie? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, das war für die Leute, für die junge Leute, äh, äh. Sie folgen ihm ins Grab. Das war wie ein, ein Demo, also, die, äh. Damals war alles für ein Demo, endlich. In der Regel, wenn, 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 also, das, da war eine gewisse Zeit, wo, wo, äh, wenn ein Demo da war, war Sartrauch da. Und dann war das da umgekehrt. Haben Sie ihn gekannt? Ja. Haben Sie ihn gekannt? Ja, ein bisschen. Ach so. Also, ich hab bei seinem Sekretär gewohnt. Okay. Was war so Ihr Eindruck als Mensch von Ihnen? Es geht um Sie, aber... Bitte. Nein, ich hab einen Abend bei ihm verbracht, weil, äh, zusammen bei, äh, der war sein Sekretär, und, äh, mit der, äh, der, äh, mit dem, äh, der, äh, der, äh der, äh. Naja, es gab etwas mehr zwischen den beiden. Und Sartre war am Klavier, er konnte kein Norbert sehen, er war blind und er hat Schubert gespielt. Und die beiden, die Arlette und die Frau vom Sekretär haben gesungen. Also Lieder von Schubert, weil Sartre am Abend, und Henri Puig, der Sekretär und ich, saß noch auf dem Sofa und wir haben Whisky getrunken. Für mich, das war eine Erinnerung an Sartre. Das und auch ein Ding, was da erwähnt wird, irgendwo in einem großen Meeting, also eine große Verabredung in der Mutualität in Paris, das ist, wo immer Veranstaltungen sind. Da war ich ja auch, weil ich studierte gerade in Paris. Und das war eine Zeit, wo Sartre, er war immer dabei, wenn irgendwas war. Bei der Gründung von Liberation zum Beispiel Tageszeitung, der war der, also der hat das gegründet. Er hat seinen Namen gegeben, damit das Ding durchkommt. Weil es, damals war Frankreich, also mit Sicherheit und so, also wir hatten ein verdammten, also ein paar Innenminister, die schlecht fahren und das war schon schlimm. Schon. Ja, schon. Ja, schon, ja. Wir haben ja heute welche. Wir haben ja heute idiotische Innenminister. Wie wieder? Wir haben ja heute idiotische Innenminister. Ja. Ja, ich bin ja gut, ich glaube, das ist quasi eine Funktion, idiotisch zu sein, aber vielleicht braucht man die auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht auch. Aber ich wollte eben sagen, na so in diesem Buch, irgendwann hört es auf, eben bei der Erwertung, aber da ist alleine ganz, das heißt davor ist ein Sprung. Ja. Weil er, da war die Geschichte mit dem Nobelpreis, ne, wann war das nochmal, wo er das abgelehnt hat? 64. Ja. Und dann sind natürlich diese ganzen Jahre auch mit 68 und die Jahre danach, wo er, also, Sarevede auf einem Pfass da vor Renault, von der Renaultfabrik hat oder eben in der Mutualität und so. Und das ist hier nicht im Buch, das habe ich gewundert für ihn. Das hat Paul enttäuscht eigentlich. Ich war, das war genau die Zeit, wo ich studierte in Paris und diese Divino, da war ich ja auch und so. Und ich habe sie gefragt natürlich, aber jetzt kann sie die Erklärung geben. Ja. Ja, wir haben, also ich habe mich entschieden, die Geschichte in 64 zu stoppen und er ist ja in 80 gestorben, weil sein Leben eigentlich zu lang ist und es gab zu viel zu erzählen und ich musste auch wählen. Das war für mich sehr schwer, also das hat mein Erz ein bisschen gebrochen, aber ich musste mich entscheiden, weil das ist schon sehr groß für einen Traffic-Nobel. das sind mehr als 160, ne fast 160 Seiten. Mein Plan eigentlich war am Anfang drei Bändel zu machen, also Kindheit und junge Zeit und Erwachsene und Ende. Aber das war eigentlich mein erstes Projekt und als ich dieses Projekt einmal mit meinem Verleger darüber gesprochen habe, das war für den Verleger ein Risiko, drei Bände zu machen. Also das ist immer ein Risiko für einen Verleger. Und in dieser Zeit war ich 24 Jahre alt, ich hatte noch nichts etwas veröffentlicht oder geschrieben. Also das hat leider nicht so geklappt. Und ich habe danach gedacht, okay, ich muss eigentlich einen Schlusstermin mit Sart zu finden. Und er hat ja in 64 den Nobelpreis abgelehnt. Und ich fand das interessant, meine Geschichte hier zu stoppen, als Symbol für was er war. Wissen Sie warum? Entschuldigung? Warum hat er den Buch gehört? Genau. Ja, weil, also die Geschichte ist sehr lustig. Wir erzählen in dem Buch. Er hat eigentlich die... Lachmöch? Die Gerüchte und so. Die Gerüchte gehört, dass er auf der Liste steht von dem Nobelpreis für Literatur. Das war kurz nach der Veröffentlichung von Die Wörter, so seine Autobiografie. Und als er da das erfahren hat, war er wütend. Er hatte schon die Légion d'honneur abgelenkt. Und er hat an Freunden telefoniert, die ein bisschen Macht dafür hatten und gesagt, ich will das auf keinen Fall haben. Und die Freunde haben gesagt, du musst dann einen Brief an Stockholm, das ist in Stockholm oder in Oslo? Oslo. In Oslo schicken. In Oslo. In Oslo schicken. In Oslo. Ja ja, Oslo ist für Frieden. Ja. Er war nicht friedlich. Nein. Und das hat er gemacht. Er hat einen Brief geschickt. Also diesen Brief haben wir gefunden und er erklärt, also er ist sehr höflich und erklärt, dass für ihn sind alle diese Dekorationen sehr bürgerlich und das ist unnötig und er denkt, dass ein Mensch nicht dekoriert sein dürfte während er lebt. Und mit den Freunden hat er immer gesagt, das sind für Tannenbaum, aber nicht für Menschen. Aber der Sekretär in Oslo war in Urlaub bei Skifahren, das war im Winter, und hat den Brief nicht bekommen. Also er hat den Brief zu spät bekommen, nach dem Urlaub. Und deshalb war Sartre trotzdem der Empfänger für den Preis und hat das abgelehnt. Das hat natürlich die Journalisten sehr interessiert und es gab auch, also das ist auch eine Menge Geld, also in der Zeit, ich weiß nicht wie viel mehr, aber ich denke das ist heute fast noch ein Millionen Euro oder so, also das ist riesig groß. Und er hat trotzdem überlegt, also wegen dem Geld könnte er vielleicht, also das Geld an einer Stiftung geben oder so, aber letztendlich, endlich hat er sich entschieden, alles abzuleben. Ja, ob es noch andere Leute gibt, die den Literatur-Nobelpreis abgelegt haben, denke ich eigentlich nicht. Es gibt viele Leute in Frankreich, die den Légion Bonnard abgelegt haben, also Tardy auch. Ja, und also nach diesem Ende habe ich trotzdem eine Zusammenfassung geschrieben, über was passiert zwischen dem Nobelpreis und seinem Tod. Genau. Und das war's. Also ich weiß nicht, ob ihr Fragen habt oder... Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja, ich kann auch über eine andere Doktor sprechen oder... Oder hast du den? Du hast das Buch gelesen oder... Gibt es das mittlerweile auf Deutsch? Ja, ja. Er scheint jetzt. Ah, deswegen bin ich hier. Sie signiert bei Egmund. Ja, morgen... Ab morgen bis Sonntag, ja, signiere ich bei Egmund. Es ist am 4. Mai erschienen. Es ist genauso das gleiche, aber ein bisschen kleiner, aber mit dem gleichen Cover. Ja. Darf ich noch eine Frage loswerden? Ja, natürlich auch. Was hat sie bewegt, gerade diese Persönlichkeit Sartre als Comic ab jetzt mal in gut form zu bringen? Er war... Er war sehr lustig, finde ich. Also er hat immer ein bisschen gestikuliert. Und Simone de Beauvoir auch war sehr... Er hatte viele, wie sagt man... Ja, also eine starke Persönlichkeit. Und die beiden Gesichter und Körper waren auch für uns interessant zu zeichnen. Die Simone de Beauvoir hatte immer diese Frisur gehabt. Und war immer sehr elegant. Also das war für das bildliche Aspekt. Und für den Rest... Also ich fand Sartre sehr polymorph, also versatil. Also er hatte so viele Freunde, die in dieser Zeit richtig waren und berühmt waren. Er hat so viele Sachen geschrieben. Also Philosophie, Literatur, Theater, Artikel. Er hat die Zeitschrift Les Temps Modernes gegründet. Auch Liberation gegründet. Er hat aber auch viele Fehler gemacht. In der Philosophie, aber auch in der Politik. Er hat eigentlich Mai 68 ein bisschen verpasst. Er war am Ende seines Lebens ein bisschen verrückt auch. Also er hat viel... Man muss auch sagen, er hat auch viele Alkohol getrunken. Er hat viele Zigaretten geraucht. Also das macht auch seinen Charme. Aber dazu hat er auch viele Drogen genommen. Er dachte, um Philosophie zu schreiben, darf man Drogen nehmen. Das hilft. Und wenn man eigentlich liest, was er geschrieben hat, versteht man. Das ist sehr schwer und sehr voll und sehr kompliziert. Aber für die Literatur dachte er, man darf es nicht. Die Literatur ist immer pur. Pür, also pur. Und genau, um Philosophie zu schreiben, hat er Choridram genommen. Das sind Amphetamine. Also das ist ein Booster. Aber für die Literatur war er immer sauber. Also sauber. Er hat mehr Alkohol gereicht. Ja. Aber ich denke, die beiden, sie reflektieren eigentlich, sagen wir 50 Jahre. Also die Zeit mit Widersprüchen. Sie haben sich geirrt, also er vor allem. Sie war irgendwie... Also die Mutter des Feminismus in Frankreich praktisch hat das immer begleitet und so. Und das war konsequent. Aber er, er hat immer so... Ach, auch. Ja und... Aber irgendwie... Ich denke, das war die... Ende der 30er Jahre, das sind Leute, die Freunde waren. Die einen sind in die Résistance gegangen. Die anderen hat mit den Nazis zu tun. Es war an der Kippe. Und dann, nach dem Krieg war das... Es war anders, 1968 auch. Es waren Leute dafür, dagegen, widersprüchlich. Oder... Man hat 1968 so gedacht und zwei Jahre später ganz anders. Also solche Dinge. Das heißt, und der war immer da drin. Und der hat es fast wie ein Plakat. Also die beiden, ein Plakat für diese Zeit. Ich finde die... Simone de Beauvoir... De Beauvoir und der Feminismus. Also... Das... Ja. Das ist Zeitgenossen. Ja. Und... Also das war auch für mich wichtig, diese Freiheit zu zeigen. Weil die haben... Also man kann... Man kann sie kritisieren, aber die hatten trotzdem ein sehr freies Leben gehabt für diese Zeit. Simone de Beauvoir hat sich sehr früh entschieden, nicht zu heiraten. So sie stammt aus einer bourgeoise Familie, die eigentlich arm geworden ist, aber die heißt trotzdem De Beauvoir. Und sie dachte immer, nie werde ich heiraten, nie werde ich Kinder haben, weil ich will frei bleiben, mein Leben machen und als Autorin arbeiten. Und in der Zeit, das war eigentlich noch schwierig, Autorin zu sein, mit Kindern, Familie und einem Mann. Für Sartes war auch ein bisschen das Gleiche, das war aber für ihn auf jeden Fall einfacher, weil er ein Mann war. Und er hat... Als die beiden ungefähr 20 Jahre alt waren, haben sie angefangen als Lehrer erstmal zu arbeiten. Sie waren Gymnasiumlehrer für Philosophie. Und ihre erste Job, das war also für Sartre in Le Havre und für Simone de Beauvoir in Marseille. Also die waren fast 1000 Kilometer entfernt. Ohne E-Mails, ohne WhatsApp, ohne Twitter. Und Sartre hat deshalb vorgeschlagen, dass sie heiraten, weil das gibt die Möglichkeit in Frankreich, heute noch als Beamter zusammenzuziehen. In Deutschland auch. Und Simone de Beauvoir hat gesagt, ah danke, aber nein, auf keinen Fall. Also lieber Fernbeziehung. Also sie war für mich eigentlich immer sehr frei und mutig. Mein Krieg war das bei Berlin in Paris, wie sie gelebt haben. Berlin, wie du das beschrieben hast, ein bisschen das Leben in Berlin jetzt. Ja. So haben sie in Paris gelebt damals. Das war auch viel freier als jetzt, wo alles organisiert ist. Ja. Und Simone de Beauvoir hat auch über sich selbst viel geschrieben. Sie hat eine Autobiografie geschrieben, auch mehrere. Das ist auch auf Deutsch natürlich. Und sie hat immer gesagt auf Französisch, je veux vivre tout ce que la vie à m'offrir. Also ich will alles leben, was das Leben für mich geplant hat. Und das finde ich also sehr, sehr schön für diese Zeit. Und das gibt viele Inspirationen für... Genau. Und das ist, also die sind schon seit 30 Jahren gestorben. Und mit der Theorie heute ein bisschen altmodig irgendwie geworden. Also auch das Feminismus von Simone de Beauvoir ist heute nicht so aktuell. Natürlich, es gibt heute andere Probleme. Es gibt heute die Gender Studies, die aus Amerika gekommen sind. Aber trotzdem sind sie ein bisschen zeitlos, kann man sagen. Intemporell. Ja, schon. Intemporell. Zeitlos. Ja. Und als Comic kann man alle diese Gefühle auch sehr gut transposer, transportieren. Genau. Und für die Illustratorin Anaïs du Pommier. Also Anaïs lebt heute in Rom. Und sie hat darüber fast zwei Jahre gearbeitet. Also das war sehr lang, alle diese Zeichnungen zu machen. Und das war für sie auch eine Schwierigkeit zu verstehen, wie die beide älter geworden sind. Weil die Gesichter ändern sich sehr viel. Also ich habe am Anfang auch ein Bild gezeigt. Genau. Es gibt tausende Fotos von Simone de Beauvoir, aber sie sieht nie das gleiche aus. Also am Ende hatte sie ein runderes Gesicht. Aber als sie jung war, war sie immer sehr streng und schlang und immer perfekt gekleidet. Und ein bisschen sever. Also wie sagt man, sever? Streng. Streng, ja. Aber Sartre hat es, denke ich, leichter, weil bei ihm die Brille und der Mund. Ja. Also das ist, es wird nur noch seine Stimme. Also ich weiß noch, in der Mutualität, wovon ich erzählte, wo er seine Rede hielt. Und es waren Leute, die, also ich sagte, der alte Sartre ist da, ne, brauchen wir nicht. Und die waren alle, sie machten alle, weil er hatte so eine Stimme, ne, wie ein Frosch. Oder wie ein Rabe. Und das war immer minder Grund, wenn man satt am Reden da war. Aber er hat wirklich so gesprochen. Wie Bob Dylan singt. Ja, ja. Und ja auch am Klavier da war. Ja. Wollt ihr gucken? Also das ist das französische Exemplar, aber... Und wir müssen den Raum verlassen. Hier ist es nicht zeitlos. Es ist hier. Ja, es ist hier. Mich würde noch interessieren, ob Claude Landsmann vorkommt. Leider nicht, weil er hat Simone de Beauvoir ein bisschen später, also in den 70ern kennengelernt. Ja, also... Aus dem Haske gefahren. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Aber auch... Ja. Okay. Schönen Dank. Vielen Dank. Ja. Danke. Ja. Ja. Danke. Ja. Vielen Dank.